Bevor wir dazu kommen, was CQP für alle denn genau heißt, fassen wir zusammen. Also aus dem großen Pool an möglichen Quellen werden nach bestimmten Kriterien Texte ausgewählt und in Corpora zusammengestellt. Corpora enthalten also Stichproben des Sprachgebrauchs zur linguistischen Untersuchung. Das können Stichproben aus der Gegenwartssprache sein, aber auch Snapshots historischer Sprachstufen. Das können Stichproben aus Varietäten einer Sprache sein oder aus der gesprochenen Sprache in speziellen Kontexten. Es gibt also per se keine besseren oder schlechteren Corpora. Es gibt eigentlich nur Corpora, die für die eine Forschungsfrage ein bisschen besser geeignet sind als andere. Vorausgesetzt natürlich immer, dass meine Fragestellung insgesamt für eine korpuslinguistische Methode geeignet ist. Entscheidend ist für alle Corpora, dass sie maschinenlesbar sind. Und die Art, wie diese Lesbarkeit für Computer umgesetzt ist, kann sehr unterschiedlich sein. Manche Corpora haben keine oder sehr wenige Annotationen, andere sind besonders reich an Metainformationen. Das wiederum führt zu einer sehr großen Vielfalt an Abfragesystemen. Und auch hier gilt, es gibt per se kein bestes Abfragesystem. Denn sie fragen sich ja auch eher selten, ob der U-Bahn-Plan für Berlin die bessere Landkarte ist als der Reiseführer für Norwegen. Dazu erfüllen diese Dinge einfach zu unterschiedliche Funktionen. Aber ein System, das sich tatsächlich als besonders nützlich erweist, ist CQP. Damit können wir eine ganze Reihe von Corpora ganz unterschiedlichster Größe abfragen. Denn die Frage war, wie wir ihnen gleichzeitig den Zugang zu möglichst vielen Korpusressourcen ermöglichen, ohne von ihnen zu verlangen, ein halbes Dutzend Abfragesprachen dafür zu lernen. Und mit CQP ist so ein bisschen ein Mittelweg möglich. Also mit anderen Worten, wir machen hier CQP für alle, obwohl auch das nicht ganz ohne Probleme ist. Denn zwar lässt sich die Corpus Workbench, CWB, zu der CQP gehört, auf handelsüblichen Rechnern installieren. Und für die Menge an Daten müsste man für diese großen Corpora natürlich lediglich ein bisschen Speicherplatz mitbringen. Allerdings erfordert die Installation von CWB dann doch relativ fortgeschrittene Computerkenntnisse. Und während man CWB auf Mac und Linux in ungefähr 10 Sekunden installiert hat, liegt meine persönliche Bestleistung für die Installation auf Windows derzeit bei etwas über einer halben Stunde. Also das könnten wir schon zeitlich gar nicht leisten, CWB für Dutzende von ihnen pro Semester zu installieren. Also haben wir andersrum gedacht. Denn die CDAT hat so einen Großrechner, also einen Server, der heißt Login-Server. Und jedes Mitglied der Freien Universität kann sich mit diesem Server durch einen SSH-Tunnel verbinden. Also diesen wie eine Art entfernten Rechner nutzen. Wir haben nämlich auf diesem Server auch alle ein eigenes Home-Verzeichnis und ein bisschen Speicherplatz. Also haben wir auf diesem Server ein virtuelles Konto angelegt, Structeng, dort CWB und CQP installiert und die Corpora abgelegt. Also kann jetzt jedes Mitglied der Freien Universität mit CDAT-Kennung eine Verbindung zu diesem geschlossenen System herstellen und auf die Korpusumgebung auf dem Structeng-Bereich zugreifen. Wie das technisch funktioniert, das sehen wir in der nächsten Folge. Sie können CQP et FU dann tatsächlich jederzeit nutzen, denn alles, was Sie benötigen, ist eine Internetverbindung und ein Programm zum Aufbau einer SSH-Verbindung. Sie müssen sich dafür weder im FU-Netz befinden, noch VPN nutzen. Wenn es also eine Diskussion über Sprache oder Sprachgebrauch erfordert, dass Sie Ihren Standpunkt mit Evidenz aus einem Korpus stärken wollen, dann ist CQP et FU sogar mit dem Smartphone aus der Kneipe erreichbar. Kein Witz, habe ich alles schon selbst ausprobiert. Eine bisschen eine andere Art über diese Infrastruktur mit dem Server und CQP et FU nachzudenken ist diese. Also stellen Sie sich vor, Sie sind dieser Happy Dude und wenn Sie diese Tunnelverbindung aufbauen, dann betreten Sie den Login-Server. Diesen Ort werden wir in Zukunft dementsprechend auch den Serverraum nennen. Und den Serverraum kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Regalen und Schränken, wo Dateien und Ordner liegen. Also hier werden wir übrigens später auch die extrahierten Dateien ablegen. Und sobald Sie im Serverraum sind, dann können Sie von dort dann CQP starten, womit Sie dann den CQP-Raum betreten und sich darauf freuen, endlich richtig Korpusarbeit machen zu können. Und wer es jetzt noch nicht erwarten kann, macht wohl am besten gleich weiter mit Folge 2. Also bis gleich.